Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute kommt der beste Teil des Abends, und zwar die Bescherung! Und wer beginnt? Milet darf gleich mal anfangen. Ich auch nicht. Dann fang ich an, ey. Ich gönn mir gleich. Echt, oder? Irgendwie, vielleicht gar keins. Hallo Leute, wir sind auch mit dabei. Also die haben das auch von dir, ey, für dich. Achso, ja, ich gelobt habe. Sogar Kira ist dabei, die kriegt auch noch was. Waaai, Milet. Was ist das? Ja, Milet. Ein altes Toilett. Oh, der Junge läuft, VIP Playboy, oder? Dankeschön. Ein Ohr. Ein bisschen mit meiner Liebe, ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Einpacken. Das ist von uns. Hier, tschau, tschudi. Ein Pulli. Oh mein. Ein Pulli. Ein Pulli. Ein Pulli. Bitte. Das ist nicht irgendein Pulli, das ist dein... Das ist Chavos Pulli. Das ist nicht irgendein Pulli. Ja, Mann, der passt. Ja, der passt. Ja, der passt. Wuhuuu. Wuhuu. Jetzt machen wir ein Modeshort hier. Der ist echt geil, der Pulli. Oh, ich habe schon noch hin. In den Spiegel. Habt ihr das selber verpackt? Die Mama. Nein, das hast du nicht verpackt. Hast du es nicht verpackt? Nein, ich habe es verpacken gelassen. Geil. Was ist das? Mit Deo. One Million. One Million Buffs. Parfüm und Duschgel. Geil. Dann habe ich mir schon leer. Ja, ja. Mama hat mitgedacht, gell? Mama hat mitgedacht. Wir brauchen eine Schere. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war ein Wurzelbaum, bitte. Oh, Mundpussi. Oh, ja. Der ist noch ein neugieriger. So, ich habe mir jetzt auch noch ein neugieriger. Geld. Geld ist immer gut. Ja, das verwallert der jetzt. Jetzt nochmal ein Umschlag. Dass meine Zähne rüberwachsen. Gut. Geld ist immer gut. Für jeden. Das könnte ja auch ein Scheck sein oder so. Dankeschön, Ilona. Scheren, gibst jetzt was aus. Okay. Also, dann. Oh, nein. Schauen wir mal. Auch da drin ist. Oh, Mama läuft bei dir. Kira, bist du neugierig? Ja. Neugierig, Kira. Ja, guck da rein. Guck, Kira. Ja, Kira, guck mal. Geh weg. Was isst du? Was is das? Wart mal. Trinkschokolade. Brownie. Blaubeer. Maffi. Trinkschokolade. Zehntröster für die Mama. Und eine Tasse. Bist du schön. Dankeschön. Du bist gar nicht an Mama gedacht. Du bist eine süße Maus. So. Oh, Milet hat mir mein Make-up gekauft. Hast du in mein Badezimmer reingeschaut, was ich für ein Make-up nehme, oder? Ja. Ja. Und hast eine kleine gekauft. Super Idee, Maus. Die werden mir schon bald ausgegangen. Mama muss schön ausschauen, ne? Ja. Ja, ja. Okay. Das ist die. Ja. Oh, ich weiß. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zehnt euch nicht. Ich zehnt euch nicht. Was ist das für eine? iPhone 6. iPhone 5. Nein. 8 Plus. 8 Plus. Und welche Farbe? Gold. Kuh. Ist das russilgopold? Das muss gold sein, glaube ich. Gold. Das ich für euch cool Instagram-Milder machen kann. Okay. Meine Frau kriegt natürlich wieder das teuerste Geschenk des Abends, aber sie nutzt es auch geschäftlich. Überwiegend haben wir uns das überlegt wegen Instagram, weil es einfach schönere Bilder macht. Wie das 6er. Und ich habe ihrs. Genau. Und da ist eine Hülle für mein iPhone gleich und ein Panzerglas. Der Robert hat Angst, dass ich es kaputt mache. Ist auch gleich mit dabei. Das ist nicht billig, das Ding. Vor allem gab es nur noch das mit 256 GB. Supi. Dankeschön. Hast du gut mitgedacht. Für Mama von Gian. Ah. Cool. Ich bin gespannt, was er sich hat eifahren lassen. Mein Junge. Kira, hol es. Was ist das? Weiß essen. Oh. Das ist aber schön. Das ist echt ein schönes Design, muss ich echt sagen. Perfekt. Dankeschön, mein Schatz. Wir wollen echte Bussis. Wir wollen echte Bussis. Mach du auf. Warum? Hast du Angst, oder was? Bumpe. Was kommt denn jetzt da raus, bitte? Ach, mach mal rein. Was ist das alles? Wie kann... Einmal steht hier, wenn mal dicke Luft herrscht, beseitigt Gerüche. Also, bitte. Kein was... Eine Klo-Erfrüche, WC-Erfrüche. Mein Dies. Also, dann... Damit Mama weiterhin auf Wolke 7 schwebt. Sag mal, was für Idee kann man denn haben, bitte? Also, ich hab da schon was Nettes gefunden. Das sind Plüschhandschellen. Was steht drauf? Anketten nur im Erzfall. Erlaubt. Oh mein Gott, es ist peinlich. Ich glaube, auf was wir hierher kommst du. Das war gut. Das war meine Idee. Und das ist damit weiterhin Roboter auf Wolke 7 schwebt. Okay. Aber ich wüsste wieso, gell? Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ihr euch doch nichts mehr zu sagen habt. Also sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Bitte. Das ist kreativ. Jetzt gibt es noch Swiffer. Was steht da drauf? Das ist der Kitt. Lasst eure Ehe niemals einstauben. Oh mein Gott. Heavy. Soll ich das auch noch sagen? Was ist das Salz und Pfeffer streuen? Falls euch mal die nötige Würze fehlen. Ich weiß. Was ist das? Wo habt ihr das her? Das ist aber elektrisch, gell? Ja, okay. Jetzt kommst du wieder. Nein, dann will ich halt selber nehmen. Wieso meine? Was steht drauf? Euer Versöhnungstrang. Versöhnungstrang. Mach ein Stück Spätburgunder. Okay. Und hier steht... Wenn ihr umziehen solltet, Ikea... Gutschein ist der. Echt? Nö, Mama. Das ist ein Gutschein. Ein Gutschein. Die hättest mal ja weggeschmissen. Das ist ein Gutschein. Ahoi, Brause. Falls ich es mal nicht mehr prickeln soll. Oh mein Gott. Was hab ich noch nie bekommen? Alles noch? Das ist gut. Und da? Wenn meine Mama keine Lust hat zu kochen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Also so viel Kreativität. Geschenkgutschein. John? Ben? Geil! Geh mal Steak essen! Was ist das? Das ist jedes Mal... Einmal Babysitting, wenn ihr mal eure Ruhe braucht. Oh mein Gott! Was ist das? Westerns Baby bin ich, oder? Ich bin ja eigentlich frisch verheiratet. Kinder-Sitting. Nehmt so weit, ich auch mitgehe. Okay. Da steht ihr. Falls die Frau doch mal streichen sollte. Tomatensuppe, bitteschön! Einmal Tomatensuppe Toscana für mich. Und hier steht nie wieder kalte Füße. Schauen wir mal. Oh mein Gott, das war jetzt Hammer. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Und da ist noch was. Da ist noch was. Warte, warte, warte. Wenn Mama sich mal neu einkleiden möchte. Einsinnig eine Gutschein. 50 Euro. Aber ihr seid wahnsinnig. Ihr seid echt wahnsinnig. Der Hammer diesmal. Piu Piu. Schön. Was ist mit dir, Junge? Das war nicht schlecht. Das war jetzt echt geil. Das war gut gemacht, gell? Das war eine gute Idee. Alles von mir. Alles hab ich gemacht. Das war jetzt echt geil. Ja. Aber, dass ihr das so kreativ gemacht habt. Das war jetzt echt toll, ja. Das hab ich nicht gemacht. Super. Aber hat für sowas gar keinen Kopf. Nee.